Oh, warte, ist das Doktor? Okay. Ist okay, akzeptiere ich. Oh, das ist keine gute Idee. Ah! Das ist überhaupt keine gute Idee. Wenn ich den Run überlebe, kann ich damit jeden Boss killen, der sich uns entgegenstellt. Ich muss nur bis zu irgendeinem Boss kommen, ohne mich selbst in die Luft zu sprengen. Wenn ich das geschafft habe, dann sind wir unaufhaltsam. Hey, das ist ein Zehner. Oh, seht ihr übrigens, falls ihr Doktor Fetus Quadshot Action wollt. Ich habe große Angst, mich selbst in die Luft zu sprengen. Freut mich nicht, warum. Es ist einfach nur das Gefühl, dass ich es hinbekommen werde. Eher, wir nehmen Pandoras Box mit. Magistrave oder Petrified Poop? Ich glaube, Petrified Poop bringt uns mehr, ehrlich gesagt. Ich mag es, dass ich einfach den kompletten Raum zerstöre. Jedes Mal, wenn ich die Taste drücke. Und es schon reicht, wenn man im Gegner einfach nur eine einzige Bombe vorbeikommt. Okay. Es ist so stark. Ich glaube, wir sollten auch schauen, ob ich den Secret Room irgendwo finde. Wenn ich schon mal hier bin. Ich habe ihn gefunden. Oh, oh. Oh, oh. Oh, das ist so viel Geld. So, und im Shop war die Taschenlampe, richtig? Yep. Wir nehmen das Night Light mit. Okay. Äh, ich würde fast sagen... Wir werden auf noch ein Planetarium versuchen zu gehen. Das war schlecht. Oh, ich habe hier schon so viele gute Items. Ich glaube fast, dass wir uns erlauben können, ein paar Goldräume zu skippen. Bad Bombs oder so wären super hilfreich, aber... Box ist natürlich kein allzu hilfreiches Pick-up. Nein. Das will ich nicht. Half-off! Oh, das ist gut. Judgement. Wenn wir schon mal hier sind. Gib mir bitte ein Item, kleiner Mann. Das wäre echt hilfreich. Lass mich schnell zum Shop rübergehen und was aus dem Automaten rausspringen. Brimstone Bomben bekommt man aus Devil Deals. Man darf in den Goldraum nicht reinschauen, um die Planetarium-Chance zu haben. Das war ein bisschen mehr, als ich mir gewünscht habe, ehrlich gesagt. Ist okay. Das heißt, ich werde mal schnell drüben noch ein bisschen was beim Einzahlen, bis ihr auszahlt. Und dann... Wir behalten das Geld einfach. Bombe-Effekte wurden für Dr. Fetus aber genervt. Wir brauchen halt auch keine Bombe-Effekte mehr. Dr. Fetus... Oh, die Blue Map. Oh. Das ist mächtig für diesen Run. Nein! Ich hasse, what makes you larger. Oh, mein Gott! Dafür knockbacken die Dr. Fetus-Bomben sich gegenseitig nicht mehr. Man kann es spammen. Ja, das sah auf jeden Fall ziemlich gut aus. Okay, folgende Sache. Wir müssen uns überlegen, wo wollen wir hin in diesem Run? Was wird unser Ziel sein? Beast oder Mother? Ich würde fast sagen, Beast. Ja, Beast scheint mir auch sinnvoller zu sein. Ich dachte, der Lamp... Ich kann dir sagen, wer so einen Run hat, der... Kann sich nicht mit der Lamp zufrieden geben. Oh, ich hätte den Trinket ablegen können. Egal. Machen wir noch. Machen wir noch. Das ist ein bisschen schwer, diesen Run unter Kontrolle zu halten, muss ich gestehen. Ich wünschte auch, dass ich eine Chance hätte, einen Angel-Deal zu bekommen, denn... Oh, da bin ich... Warte, wir können Brimstone-Bomben haben. Vielleicht wäre ich... Ich werde in diesem Run versuchen, auf Devil-Deals zu gehen. Ich meine, die schiere Möglichkeit, Brimstone-Bomben zu bekommen, ist halt genug für diesen Run. Der wird mir die bekommen. Dann kommst du vielleicht sogar ein vernünftiges Planeten-Item. Das wäre meine Hoffnung. Ich bin halt auch wirklich gespannt darauf. Nachdem das, was ich hatte, wohl wirklich scheiße war. Das war Soul übrigens. Weil es mein erstes Planetarium-Item war. Und das hat mir in dem Run auch echt nicht mehr viel gebracht. Weil er kurz darauf zu Ende ging. Ne, Bomben. Okay. Dankeschön, denke ich. Äh, ja. Cool. Äh, okay. Ah, ja, ich habe Petrified Poop. Äh, ja, was bringt... Äh, was bringt das Ding ins, was ich gerade habe, jetzt auf der Ebene? Ich glaube, ich will nämlich das Mr. Meme mitnehmen. In Standard 2 bringt das immer noch nur scheiße, äh, Pandoras Box, oder? Richtig? Irgendjemand weiß sowas doch auswendig. Zwei Bomben und zwei Kies? Nah. Moin, ich muss dir was zu Rayman 2 sagen. Ich dachte schon, diese Worte wird heute niemand mehr zu mir sagen. Okay, dann, äh, lassen wir das. Ah, ja. Super Secret Room ist eine Sache. Ah, ich habe ein Lackset von minus 0,4. Ha. Sache ist aber, wenn ich die, äh, Kugel rausbekomme, wäre das schon ziemlich gut. Wenn du David hier gehst, wäre Mr. Meme besser. Das stimmt. Shit. Geh weg, Automat. Seine Chance gehabt, du hast mir nichts gegeben. Nein, ich will ein Trinket. Nein. Ah, Shot Speed Up. Äh, ja, nehmen wir Mr. Meme mit. Ah ja, Moment. Ich spreng aus dem Automaten so ein bisschen mehr raus, als ich eigentlich will. Tut mir leid, Pandoras Box. Dann lasse ich mal eben ein bisschen was einzahlen, hoffen, dass ich einen Lack abbekomme. Wenn ich es nicht bekomme. Cool. Ah ja, äh, wir wollen, äh, schauen, dass wir zu The Beast kommen. Ursprünglicher Plan war der Lärm, aber ich mein, der Run, äh, es war ein Eden Run, der mit, äh, Dr. Fetus losging. Wie, wir können nicht, äh, äh, nur den Lärm machen in so einem Run. Judah's Shadow. Wenn er gratis ist, nehme ich ihn mit. Ja. Nehmen wir mit. Extrem hilfreich im Kampf gegen den Lärm. Äh, die 999 Münzen habe ich schon in Rebirth gemacht damals. Die habe ich schon lange, lange, äh, hinter mich gebracht. Okay. Gehen wir... Es gibt keinen Grund, in die andere Ebene zu gehen. Gehen wir weiter. Wir wollen eh noch, äh, einen Goldraum. Denker als Trinket. Shit. Egal. Wir haben noch alle Zeit erfüllt. Hallo. Was, will ich Bugwab überhaupt? Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt will, ehrlich gesagt. Ich habe nicht das Gefühl, vier Bomben, die ich von mir gebe, sind, äh, genug. Hey. Aber hey, luck ab. Gott, dieser Run. Es stirbt einfach alles. Ich bin so gespannt, wie viel Damage es gegen, äh, tatsächliche Bosse machen wird. Ah, ich würde sagen, wir werden den Itemraum hier noch skippen. Was ist das? Ist das das beste HP ab aller Zeiten? Binge Eater. Oh, Red-Head-Container-Item, äh, Parasels, äh, Periodically switch between, äh, Food-Items and the Item that would hold other voice. Hä? Okay. Das ist gut, schätze ich. Hier und wieder, äh, switchen jetzt, äh, Goldraum-Items einfach, äh, mit Nahrungs-Items. Aber die switchen auch wieder zurück. Mega-Batterie! All you can eat. Das ist das Leben. Und ich kann alles essen. Ich verstehe. Oh, das ist, äh, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, ehrlich gesagt. Nein! Geh weg, Automat. Bist ja nicht willkommen. Wir sind auf der Suche nach einem Planearium. Und ja, das Trinket werde ich jetzt hier ablegen. Keine Sorge. Big Horn! Machen wir jetzt mal Damage-Shit gegen Big Horn. Dann wieder rum. Ich habe das Gefühl, zu sagen, dass der Damage-Shit ist, äh, in Fehlerhinsichten eine deutliche Übertreibung. Sacrificial Dagger. Ich will kein HP abführen, HP holen. Ähm, warte, will ich den? Oh, ich hätte es mit Mr. Mee mitnehmen können. Ah, yeah. Ja, hör mal. Warum ist überhaupt ein Devil-Deal-Item? Ist das bei Big Horn jetzt die Sache, dass man eins bekommt? Es würde wieder ein Stat-Up geben, abhängig vom, äh, unabhängig vom HP ab. Ich dachte, das Set-Up wäre nur, äh, temporär. Oh, die Satanic Bible-Ich auf der Ebene. Was soll denn dieses Satanic Bible-Punkt-Punkt-Punkt? Was, hast du vergessen, dass du auf dieser Ebene ein Buch verwendet hast? Dieses Punkt-Punkt-Punkt-Punkt. Okay, und jetzt sinkt das Ganze mit der Zeit wieder. Verstehe. Naja, das hätte ich auch mit Mr. Mee mitnehmen können. Ah, ich vergesse, dass Mr. Mee überhaupt existiert. So, ich habe jetzt... Wie viele Goldräume habe ich jetzt geskippt? Zwei? Wie viele Goldräume wollen wir skippen? Ist jetzt die Frage. Planetarium suchen. Na ja. Ich wahrscheinlich machen sollen. Es wird schon gut gegangen sein. Hoffe ich. Ich will das. Ich will ein Size Down. Ich glaube, die Bomben sind so schnell. Ich kann damit nichts mehr wegsprengen. Ich weiß, dass ich ja die Goldräume auf dem Rückweg von den Biestern mitnehmen kann. Ansonsten würde ich die nicht alle skippen. Ich meine, wenn ich ansonsten gegen den Biest kämpfen will, würde ich das nicht einfach alles weglassen. So, und jetzt müssen wir die ganze Ebene machen auf jeden Fall. Nicht vergessen! Und wir hoffen einfach, dass auf der letzten Ebene nicht schon das Planetarium war. Denn sonst habe ich ein Problem. Das Problem ist, dass ich hier Scheiße gebaut habe. Aber das will ja niemand. Deswegen wird es doch nicht passieren. Das heißt, man Sticky Paddy auch erst freischalten muss. Schaltet man die frei, wenn man mit Greed spielt oder so? Ja, ich meine natürlich Keeper. Ups. Das ist auf jeden Fall das beste, äh... Item zum Freischalten ist Sticky Penny. Hey, das ist wie ein normaler Penny. Nur schlechter. Quatsch hat und Dr. Feet ist der Mann lebt gefährlich. Yeah, aber gleichzeitig auch extrem. Ich habe gerade ein Random Planetarium bekommen. Ja, man hat eine 1% Chance, es so zu bekommen. Dann gibt es gewisse Items, die die Chance dann um... Wie zum Beispiel Magic 8 Ball. Das gibt einem irgendwie 10%. Oh, ich habe es gefunden. Gute Neuigkeiten. Circles around you. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wenn ich den Raum betrete, habe ich, äh... Orbitals um mich herum. Oh. Ich dachte, die Orbitals werden meine Bomben. Deswegen war ich ein bisschen besorgt. Ist das gut? Was ist eure Einschätzung? Nein? Wie, das ist auch nicht gut? Ist gut. Hm. Langsam vertraue ich den Planetarium-Items nicht mehr. Nein! Dankeschön, Kiste. Oh, ich habe nur meinen... Ich habe keinen Schlüssel mehr. Kritisch. Ups. War auf was anderes bezogen? Okay. Könnt ihr bitte weggehen? Äh, respawnen die, ähm... Kugeln. Wahrscheinlich nur, äh... Die respawnen nur, wenn ich den Raum neu betrete. Nehme ich an. Wer hat der Ring generell Dinge ab? Oder ist der nur zur Deko? Der Ring macht... Oh, warte. Ist das der Professional Dagger? War es gerade die Gegner? Keh, oder war es der Ring? Nein, es war definitiv Professional Dagger. Der Ring ist einfach nur zur Deko. Tear Stone. Oh, nein. Tatsächlich ist dieser Ring, äh... Für diesen Bild unfassbar gut. Nein. Ich schätze, ich weiß nicht, was ich mit Blue Babies Only Friend machen soll. Also... Suchen wir so unser Bestes. The Lovers. Oh, ich hab keinen Schlüssel. Was ist der andere Secret? Ach so, da ganz links. Okay. Hey. Nein. Ha, 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 ha. Nein. Zwei Guppi-Items. Und wir haben noch jede Menge Gelegenheit, mehr HP-Ups mitzunehmen. Jetzt zum Beispiel. Okay. Dann würde ich sagen, äh... Wir, wir gehen weiter. Oh, die Träne... Warum... Warte. Ach so, das ist wegen... Ah, okay. Wegen meinem Angriff-Dingens. Äh, ist okay. Schätze ich. Nicht der Hammer, auf den ich gehofft habe, aber... Ist okay. Gott, das Sacrificial Dagger. Das macht halt auch immer noch guten Schaden. Und gegnerische Kugeln werden darin gefangen, in dem, äh... In der Umlaufbahn. Habt ihr das gerade gesehen? Das schwammelt. Seht ihr? Und jetzt eine lila Kugel. Oh mein Gott, werden da alle Kugeln drin gefangen oder nur manche? Warte, was? Nur langsame. Okay. Haben wir oft gesagt, Verzeihung, dass ich das Spiel spiele, wenn ich jede Nachricht im Chat lese? Na, wir nehmen noch einen HP ab mit. Es wäre sehr viel sicherer, wenn ich hier einfach den richtigen Weg gehen würde, aber wer hat Zeit für sowas? Wenn auch einfach er diesen seltsamen Weg gehen kann, der ganz offensichtlich viel schneller ist. So, jetzt hoffe ich, dass wir irgendwo, ähm... Irgendein Bomben-Item noch bekommen. Das wäre ziemlich hilfreich. Und so, jemand ist... Nennt sich Streamer. Ja. So, ich sag's euch. Wenn wir in diesem Run, äh... Tainted Eden freischalten... Uh, will ich das Trinket? Lock up. Ich will das Trinket lieber mitnehmen. Wenn wir in diesem Run Tainted Eden freischalten und noch den Biest besiegen... Dann war das ein, äh... Vernünftiger Run. Komm raus. Jetzt bloß nicht die Full-Karte vergessen. Yeah. Das ist eine Sache, die noch passieren kann. Ah, wir sind noch Necropodis 1. Warum habe ich keine Schlüsse? Habe ich... Ach ja, ich habe Gappi's Tail. Ich habe schon davor nicht viele, äh... Schlüsse gefunden. Was war das? Äh... Ich will weder die Bibel noch, äh... Angel... Beziehungsweise Angel-Deals sind cool. Aber ich glaube nicht, dass ich aktuell noch welche haben kann. Bis dahin, dass ich, äh... Devil-Deals mitgenommen habe. Oh, oh. Hey! Wie ist die Hand ausgewichen? Solche Räume sind immer sehr kritisch mit so einem Bild. Okay. Nein! Ich hatte doch gerade den Schlüssel. Oh nein, nicht schon wieder. Okay. Das lief gut. Das lief ebenfalls gut. Ha... Da hat man einmal den Schlüssel... Ich verschwende ihn wieder. Okay. Goldraum. Die Tainted Characters sind, äh... Quasi neue Charaktere. Also, ich habe bisher nur Tainted Lazarus frei und, äh... Wir nehmen die Camo an, dies. Damit können mich die Gegner erst dann sehen, wenn ich, äh... Schieße. Genau, ich habe bisher nur Tainted Lazarus frei und... Der ist halt komplett anders als das Original. Ich meine, das Konzept ist wahrscheinlich halbwegs ähnlich, aber an dem Punkt könnte es auch einfach neu. Neue Charaktere sein. Oh, ich kann sogar reingehen und jegde mit meinen Tränen in Killen. Und die sehen mich nicht. Oh, das ist super hilfreich! Die Camo an, dies. Und können wir mal drüber reden, dass ich mich, äh... Bisher noch so gut wie gar nicht selbst die Luft gesprengt habe. Ich meine, ein paar Mal. Zugegeben, aber prinzipiell. Nicht allzu oft. Das ist erstaunlich. Wenn ich das einfach mal so von mir sagen darf. Geh weg! Dann wiederum, ich hätte ein nettes Trinket rausbekommen können. Was soll's. Äh... Dann gehen wir zum Boss. Ich will hier jetzt einfach mit dem Sacrificial Dagger killen. Okay, er taucht nicht mehr auf. Ach Gott. Ich hasse diesen Boss! So sehr. Ihr würdet mir nicht glauben, wie sehr ich ihn hasse. Nein, wir wollen das. Wir wollen Mr. Dolly. Ich hatte gar nicht einen Schlüssel für den, äh... Shop. Aber wir gehen wieder weiter. Ja, ja, ja. Ich vergesse die Karte nicht. Alles gut. Noch habe ich sie nicht vergessen. The world. Nein! 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 Ah Gott. Gegner, die auf mich zuspinnen. Ich sag's euch. Das ist nicht gut. Da bin ich nicht gut drauf zu sprechen. Und warum die an Wänden abprallen. Bin ich auch nicht gut drauf zu sprechen. Ultra-Greed. Da bin ich ultra nicht gut drauf zu sprechen. Ich schau'n. Speed down. Wo ist mein letztes Copy-Item? Du weißt doch, dass du's mir geben willst, Spiel. Ultra-Guter-Joke. Das find ich ultra-nett von dir. Wann hast du heimlich geresubt, Rasex? Warum hast du nichts davon gesagt? Was ist das? Hä? So Angst, dass ich Danke gesagt hätte. Schlüssel. Ah. Ich teile meine Subs nicht mehr. Ist mir peinlich. Ja. Verständlich. Ich teile meine Subs auch nie. Komm schon. Yes. Uh. Ich will den Shop. Was ist das für ne Beleidigung von dem Shop? Äh. Wir nehmen ein Starter-Deck mit. Death und Stars. Stars! Was seid ihr davon? Okay. Dann werden wir noch den Super-Secret-Room hier oben mit. Uh. Ich wünschte. Ich hätte noch einen Schlüssel übrig. Hey. War der nicht drüber lustig? Oh. Nein. Heißen Dank, mein Freund. Gute Neuigkeit. Nicht am Schlüssel. Wir brauchen die Stars-Karte nicht, um aus der Boss-Arena rauszuwoppen. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber ich bin bereit, es herauszufinden. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es was bringen sollte, äh, sollte aber... Vielleicht werden wir noch ein paar Pilz-Sporn von uns geben und sehen, da ist die Full-Karte. Alles gut. Alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Ich schätze, wir werden dann direkt zum Arm gehen und den Kampf erledigen. Schön, sonst nicht mal allzu viel, äh, zu tun zu geben hier. Oh, ich hab ein paar von den, äh, Pilzschissen um mich herum. Das ist, äh, fast interessant. Ja, wir waren im Secret Room, Super-Secret Room, wir waren im Cursed Room. Ich denke, wir gehen weiter. Das zwiebelt ordentlich. Ordentlich gezwiebelt. Oh, falsche PhD. Hier, nein. Yes! Okay. Äh, was will ich mitnehmen? Bringt nichts, hat's keine Pillen mehr? Oh, ja, das stimmt. Das war dumm. Ja, wir nehmen das mit, weil's Damage abgibt. Dann foolen wir mal eben raus. Das geht's! Fühl ich mich bereit? Ich weiß es nicht. Ich mein, mein Damage ist definitiv bereit und, äh, jetzt erwarten noch ein paar Items. Ein Schlüssel. Wir werden nämlich ein paar brauchen. Shit. Verlierst das Damage ab eh. Ah ja. Ah ja, man muss das hier abgeben. Ups. Hey, das ist ein Schlüssel für umsonst, für mich? Das läuft überraschend gut gerade. Wisst ihr das? Damit meine ich, mein Gott, überraschend gut. Außerdem von, äh, Waxel, äh, Sub, äh, gibt für, äh, Kompi-Wolf. Ich glaube, es ist die Reihenfolge. Äh, wie viel Leben, Dank. Ist interessant, dass von dem Feuer, das er gespeit hat. Au. Ich sag, von ein paar, äh, Tränen bei mir hängen geblieben sind. Okay, ich würde sagen, wir haben ein paar Schlüssel für die Goldräume. Wenn ich das, äh, Einfach mal so sagen darf. Also, von Betrix aus, äh, 19 Monate. Re-Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Au. Bisschen unangenehme Zeitgenuss, muss ich ehrlich gestehen. So, ich überlege gerade, wenn ich mein Item aussuchen könnte, dass wir hier bekommen, welches, äh, wäre. Ich glaube, ich wäre für Sad Bombs, ehrlich gesagt. Ich meine, es klingt natürlich verlockend, dass man, äh, irgendein Item will, das einen Immun gegen Explosionen macht. Aber ich glaube nicht, dass es nötig ist. Ehrlich gesagt. Oh, Homing Bombs wären auch super gut. Ah ja, generell, wisst ihr was? Irgendein, äh, Bomben-Upgrade, dass es nicht, ähm, Scatter Bombs sind. Denn Scatter Bombs wären ein Problem. Ich weiß nicht ganz, wie ich damit umgehen sollte. Oh, der hat die Bomben zurückgeschleudert. Ja, okay, Spiel. Oh, hier ist nur ein Curse Room. Warum gehe ich hier überhaupt rüber? Oh, Gott. Die Jungs sind die größte Herausforderung bisher. Vielen Dank für deine Videos. Mach weiter so. Also, ein Vollwechsel. Äh, ein Euro. Wie viel liebten Dank. Wie viel liebten Dank. Ich, äh, versuch's. Oh, nein. Nein. Oh, Gott. Oh, shit. Da ist gerade kein guter Raum für diesen Run. Wisst ihr das? Hört auf. Das Zeug zur Seite. Oh, ich will den Wish spawnen. Ich will den Wish spawnen sehr. Two Spades. Okay, warum nicht? Dann die blauen Flammen kaputt machen. Ja, man weiß nie, wann da ein Soulard auf einen wartet. Rocket in a Jar wäre bombastisch. Ich weiß nicht, ob das gut wäre. Aber ja, es wäre definitiv bombastisch. Da stimme ich zu. Diese Typen sind gerade so belastet. Also, wir haben eine Menge Schlüsse. Das ist gut. Das heißt, wir können auf jeden Fall noch ein paar goldene Truhen aufmachen. Auf hoffen, dass wir irgendwas rausbekommen. Warum können die mich jetzt schon sehen? Ich habe doch noch gar nicht angegriffen. Ich dachte, die Abmachung wäre, dass ihr mich erst sehen könnt, wenn ich angegriffen habe. Was ist das? Was ist mit der Abmachung? Wir hatten eine Abmachung. Bist ziemlich gut. Danke, aber das entspricht nicht der Wahrheit. Aber ich weiß die Lüge zu schätzen. Oh Gott. Nein! Virgo. Virgo gibt einem hin und wieder und Verwundbarkeit, richtig? Magic 8-Ball bringt mir nichts. Bisschen nerviger Raum, aber okay. Vielleicht gibt es besser, aber schlecht bist du definitiv nicht. Ich weiß nicht. Zeiten, als ich okay in dem Spiel war, sind lange vorbei. Ich schätze, es spricht nichts dagegen, ähm, noch die HP-Ups zu kaufen. Ja, ich weiß, ich hätte sie auch günstiger haben können. Verstehe ich schon. Okay. Vor zwei Monaten war es um einiges schlimmer, als meinst du, wie schlecht ich im Spiel war. Oh Gott, könnt ihr bitte... Oh ja, Virgo gibt einen Unverwundbarkeit. Das ist ein sacrificial Dagger. Das ist der dumme Gegner. Oh mein Gott. Okay, wir haben einen. Es fehlt nur noch der letzte. Mein Kryptonit. Sie können die Bomben wegschlagen. Was soll ich da machen? So, hier waren wir schon. Ja. Moment. Das war stark. Außerdem von, äh, äh, Lelonnebel. Äh, drei Monate. Resub. Vielen, vielen lieben Dank. Äh, ich denke, ich gehe einfach weiter. Also, Leon 2 gibt es ja sonst kein Item für mich zu holen. Was habe ich vergessen? War hier gerade eben das, äh, Trinket und ich habe den, äh, Quacky vergessen. Ist das jetzt passiert? Das würde mich nämlich nicht überraschen, wenn dem so wäre. Nein. Okay. Doch, man wird, glaube ich, schwierig. Wir werden sehen. Ich würde sagen, es kann so oder so laufen. Ich weiß nicht, was ich mit Ranch und Luck abwill, ehrlich gesagt. So, hier sollten die Gegner auch langsam etwas, äh, angenehmer werden. So, und ich muss dann in der Boss-Arena, wo ich bin, schauen, ob da irgendwo, ähm, ein Crack-Key liegt. Oh, Luck ab für Pilzsport. Oh. Der 2 müsste ich, müsste ich den Goldraum mitgenommen haben. Ja, habe ich, aber wenn wir schon mal hier sind. Oh Gott, nicht das mitnehmen. Moment. Oh, das Leben ist ziemlich gut, weil, ist ein Bett oben. So viele Herzen zu haben, ist so oder so ziemlich gut, wenn man hier ist. Na, was soll's. Genau, hier waren wir. Kann nicht schaden, noch ein HP-Up mitzunehmen. Aber ich muss sagen, dieses Breakfast-Item ist super gut. Ich meine, es kommt so viel HP-Ups damit zusammen. So, und jetzt sollte dann der, äh... Soll der nicht hier liegen? War der nicht in Depts 1? Oh. Aus dem, äh, Free, äh... Free Steph. Steph. 1. Frischer Sub. Wie, wie lieben Dank. Ist doch dämlich. Ach. Hierophant. Überhaltig. Das haben wir irgendwie Damage plus 3 bekommen. Ja, das ist, ähm... Ähm, ähm... Warte, sobald ich sprechen kann, sag ich's dir. Ja, das liegt an dem einen, ähm, Breakfast-Item, was auch immer. Äh, ich hab ein Item bekommen, welches ein HP-Up gibt. Und das bringt dann das, ähm... Oh, Faded Polaroid. Ah. Ähm... Ähm... Genau, und das bringt das, äh, Items dann, die man findet. Random, äh, immer zwischen Nahrung und, ähm, normalen Itemen und her switchen. Und wenn man die Nahrung einsammelt, bekommt man für die nächsten, keine Ahnung, eineinhalb Minuten oder so Damage plus. Welches aber von Sekunde zu Sekunde dann weniger wird. So, auf jeden Fall ganz nett, weil man, äh, super viel HP ansammeln kann. Unfassbar einfach. Ich würde fast sagen, das Item ist ein bisschen, äh, sehr stark. So, das war gerade eine Menge Damage. Unerwartet viel. Okay, ich muss aufhören, diese Kisten aufzumachen. So, und wie es aussieht, ist der Crack-Key auf der nächsten Ebene. Aber es fängt vom, äh, Halfer-Item ab, welchen, äh, es permanent boostet. Es boostet den Stat permanent, wirklich? Ah, gehen wir weiter. Müsste ja nicht der Crack-Key sein. Habe ich den Crack-Key verpasst? Oh Gott. Und hier müssen wir dann aber auch noch, äh, Goldräume haben. Oh, er liegt immer im Basement. Äh. Ich habe ja neue Pille freigeschaltet. Oh, das ist alles beängstigend. Ich habe nicht mehr viele Herzen. Oh nein, nicht ihr. Nicht ihr! Das sind die Schlimmsten. Okay, ein Herz. Also, ich muss sagen, mein Damage ist, oh Gott, nicht schlecht, aber... Die ganze Run wirkt, als ob er ein bisschen, äh, schwierig wäre. Wir werden sehen, wie es läuft. Gute Sache ist halt, dass ich Virgo habe. Und eine Wiederbelebung, wo ich dann zu Dark Judas werden kann. Oh! Die Fliegen kannte ich doch nicht. Oh Gott. Warte, oben lag noch ein rotes Herz im Goldraum. Das war eine Explosion. Ich werde jetzt auch mal meine Schlüssel aufheben, weil ich glaube, die brauche ich, um die Goldräume noch aufzusperren. Hopp in! You need to repent. You need to confess your sins. Hopp in! Let his light inside you cleanse your soul! You... Insane! You have taken us too far. Hopp in! Den Krakki! Ich wünsche mir, wenn mir würde jemand beten. Nein. Ich meine... Und du lebst noch? Das ist ein kritischer Gegner. So. Ganz vorsichtig. Wir wollen uns ja nicht selbst in die Luft sprengen. Zumindest wäre alles ganz gut. Okay. Ah, ich mach der Biest. Ja, oder was meinst du? Nein, ich hab der Biest noch nicht mit, äh... Eden. Uh. Uh. Shit, warte. Wie mach ich das am besten? Hey. Junger Mann! Hast du dich was für den alten Eden? Komm, ich hab ein Lux-Set vom 8,5. Mach mich jetzt nicht schwach. Shit! Nein! Es tut mir leid. Huh! Bomben! 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 Es sind keine Bomben, die irgendwas bringen, aber... Warte, es ändert gar nichts, oder? Es sind sich Bomben, die man schneller legen kann, aber... Ja, ich glaube, sie stacken nicht mit der Dr. Fetus. Wie gewonnen, so zerronnen. Würde ich sagen. Aber... Äh, wir sollten noch ein Item, äh, bekommen. Das ist im Basement 1. Nein, warte, im Basement 1 hatte ich, äh... Oh, hatte ich jetzt noch einen Crack-Key. Kann ich beide mitnehmen? Ich hab zweimal Crack-Key. Was? Das ist gut. Falls ich noch irgendwie verkacke... Äh... Ist alles okay. Haben wir für den Fall der Fälle noch einen übrig. Hahaha. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich's verkacke, aber... Uh... Na, tut mir leid. Tut mir leid. Planänderung. Ich wollte auch nicht, dass es so ausgeht. Aber was soll ich machen? Das ist eine Alge's Wuhne. Wie sollte ich die nicht lieber mitnehmen wollen? Also ernsthaft? Wie? Die ist einfach so viel... Äh, die ist so hilfreich. In diesem Bosskampf. In jedem Bosskampf. Tentet Eden freischreitern umbringen und Tentet Judas freischreiten. Yeah. Das wär... Ich mein, es wär möglich theoretisch, aber... Näh. Los geht's! Geht leider nicht. Okay. Will ich mich ins Bett legen? Ich mein, in dem Punkt können wir auch das mitnehmen. Ich will mich... Was soll ich springen? So, Cracked Key war, äh... Vor Moms, äh... Zimmer. Cracked Key war hier. Yes! Tentet Eden! Oh, was? Das wollte ich nicht. Okay. Warte, was? Oh, ich muss mich in Moms Bett legen. Die Fight Corrupt Challenge. Oh, das klingt ziemlich cool. Freue ich mich ja schon. Okay, meine Hände sind ein bisschen... Zitterig und schwitzig, aber... Schauen, wie's laufen wird. Diesmal werde ich nicht komplett OP sein im Kampf gegen Dogma. Oh, das wird super aussehen im Stream. Au. Ach ja, shit. Nur ganz langsam dem Brimstone ausweichen. Nicht zu schnell. Au. Läuft okay, würde ich sagen. Frag ich's nur, wie wird das jetzt laufen? Ich mein, der Damage ist schwer in Ordnung. Au. Nein! Oh, nein. Hört er damit auf? Nicht cool, Dogma, nicht cool. Oh, nein. Wenn ich nicht geheilt werde, zunächst die Phase hin, dann hab ich verloren. Oh, ich kannte den Angriff nicht. Ja, ja, ist okay. Ich werde ein bisschen geheilt. Shit! Oh, nein. Die Bomben sinken runter. Oh, Gott. Sieht nicht gut aus. Sieht überhaupt nicht gut aus, würde ich fast sagen. Das einzige Gute ist, dass ich ja durch Virgo meine Unverwundbarkeit hab. Das ist aktuell das Einzige, was diesen Run ermöglicht. War's schon wieder? Ah, fuck. Ist das jetzt zweimal war? Das war am Anfang nicht war. Das war jemand anders. Ja, ich bin so tot. Ich kenn die Angriffe doch nicht. Keine Ahnung. Versuchen wir das. Ich sehe nicht, welches Szenario, wo ich das noch überleben kann, aber... Das heißt nicht, dass wir nicht das Beste aus der Aegis Rune holen können. Oh, fuck. Jetzt kommt der wahre Schwachsinn. Wie? Oh, nein. Okay. Kannst du noch schaffen. Naja, sicher. Naja, gut. Gehört dazu, schätze ich. Das war... Tatsache, dass die Bomben so runtergesunken sind. Das war nicht gut. Das war nicht...